Willkommen zum nächsten Video und in diesem Video werden wir wieder einen kleinen Fight veranstalten. In diesem Fight stehe ich für das LG 4X HD und ich für das neue Samsung Galaxy S3. Wir werden wie immer die Daten und Fakten vergleichen, ein kleines Fazit ziehen und gucken, welches Smartphone von beiden denn das bessere ist. Beim Samsung Galaxy S3 haben wir hier ein 4,8 Zoll Display, AMOLED Display in HD, 1080x27p. Ein HD Display haben wir auch beim LG, also 1280x27px, ist aber kein Super AMOLED Display wie beim S3, sondern ein ganz normales LCD Display. Bei diesem LG Smartphone haben wir auch einen Prozessor, klar sonst würde es ja nicht laufen. Dieser Prozessor hat 4 Kerne, also einen Quad-Core Prozessor und das gleiche finden wir auch beim Galaxy S3 vor. Ja, ich habe hier auch einen 1,4 GHz Quad-Core Prozessor, der Exynos 4412. Ja, bei beiden finden wir auch 1 GB RAM. Beim LG Optimus 4X HD haben wir außerdem WLAN 802.11 nach BG und N-Standard, GSM, UMTS und HSDPR Plus mit bis zu 21,6 Mbit. Ja, genau das gleiche finden wir beim S3 auch vor. Ja, das S3 ist hier mit 16 GB Speicher, intern, kann man bis 64 natürlich aufwerten. Und hier sind auch 16 GB Abwerk verbaut als SSD und wir können das aber mit maximal 32 GB als Micro-SDHC-Karte aufstocken. Äh, Samsung hat auch bei dem Samsung Galaxy S3 eine neue TouchWiz-Oberfläche rausgebracht, äh, UI 5.0. Ja, damit wären wir auch gleich gleich bei der Software. Das ist nämlich bei beiden Android 4.0, alle jetzt Ice Cream Sandwich und wie schon gesagt TouchWiz als Oberfläche beim S3 und beim LG haben wir hier LG Optimus UI. Ja, beim S3 haben wir hier noch ein Homebutton, das gibt es beim LG nicht mehr, da haben wir dann wieder drei touchbasierende Tasten. Auf der Rückseite befinde ich sich beim S3 eine 8 Megapixel Kamera, die auch in Full HD aufnimmt, einen Flashlight und ein Lautsprecher. Hier ist der Lautsprecher beim LG, ebenfalls eine 8 Megapixel Kamera finden wir hier vor mit Full HD Videoaufnahme und ebenfalls einem Flashlight. Ja, hier meine Rückseite besteht aus Polycarbonat, sehr glatt, sehr gut, Plastik, ja. Ja, Plastik haben wir hier auch, also wir haben hier noch so einen Rahmen, der sieht ein bisschen aus wie Chrom, haben wir beim S3 auch, aber es ist wirklich alles Plastik, bis auf das Display, das Corning Gorilla Glass bei beiden und ja, ist halt Geschmackssache. Ja, dann schalten wir beide gleichzeitig mal an. Eins, zwei, drei. Beim LG muss man noch länger als beim Samsung festhalten, so um die fünf Sekunden. Und mal gucken, wer zuerst fertig ist. Beim S3 ist jetzt schon hochgefahren, äh, gibt es Mikro-SIM, also dann kann man dann Mikro-SIM betreiben. Beim LG ist es eine ganz normale SIM-Karte. Ja. Das S3 ist auch schon früher fertig, wie man hier schön sehen kann. Wir können ja also schon alles machen und das LG ist auch soweit betriebsbereit. Und ja, dann schalten wir beide Geräte mal in Standby. Und bei beiden Geräten können wir das auch ähnlich entsperren, nur beim LG haben wir noch eine kleine Animation hier. Ähm, je weiter man halt sieht, desto mehr sieht man vom Homescreen. Und beim Samsung muss man halt nur übers Wasser streichen, ist auch sehr nett. Ja, jetzt gucken wir mal, wie der Browser hier so werkelt. Der Browser findet sich. Ja, wo findet sie? Schwierig, schwierig. Hier haben wir ihn. Ja. So. Boah, BH? Ne, BH wollen wir nicht. Wir geben mal wieder Wetter ein. Wie immer. Und drücken gleichzeitig auf Los. Eins, zwei, drei. Beide gehen momentan über WLAN rein, beide sind sehr schnell. Man sieht hier auch sehr schön, das S3 hat einen kleinen Blaustich. Klar, Moment. Ich gucke mal, ob die Helligkeit hochgeschraubt ist. Die Helligkeit beim LG ist hochgeschraubt und wir können hier auch schon Multi-Touch-Zoom anwenden. Kann ich Ihnen derzeit mal zeigen. Funktioniert alles sehr, sehr, sehr flüssig. Wie beim S3 ebenfalls. Gut, dann geben wir mal Chip.de an. Unsere Standardseite, die etwas größer ist. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Sie laden noch beide. Jetzt ist das S3 fertig. Und das LG auch. Also einen kleinen Vorsprung beim Prozessor von Samsung. Ganz flüssig läuft das hier. Ja. Also beim Scrollen überhaupt keinen Haken. Multi-Touch-Zoom, Doppelklick-Zoom, wie man hier sehen kann. Wirklich alles sehr, sehr flüssig. So. Die Leistung der Kamera, die werden wir natürlich wieder im Extra-Video betonen. Das man natürlich wieder wie immer auf unserem Kanal auch betrachten kann. Kamera-Applikation ist eigentlich fast gleich aufgebaut. Hier wie immer die Einstellung. Sieht bei beiden eigentlich ziemlich gleich aus. Und ja. Wir können mal hier auf die Frontkamera wechseln. Beim LG machen wir es hier. Ja. Da sieht man mich jetzt. So. Hallo. Und ja. Also die Kameraqualität ist bei der Frontkamera ein kleines bisschen besser. Beim Samsung als die beim LG. Aber bei der Rückkamera liegt Samsung auch ein kleines bisschen vorne. Aber das seht ihr dann ja im Vergleich. Ja. Samsung hat dem S3 ein paar neue Features spendiert. So wie Multitasking. Wenn man ein Video öffnet, kann man das hier rumschieben. Ähm. Es gibt auch so ein paar Hardware-Software. Äh. Software-Updates. Ähm. S-Voice ist natürlich an Bord. Die uns noch nicht so überzeugt hat. Ja. LG. Haben die irgendwas davon? Ähm. Ne. Also besondere Special Effects haben die nicht. Ähm. nur das gleiche wie das S3 NFC. Also Near Field Communication. Und Bluetooth 4.0. Für äh. Neuere Datenübertragung zwischen Handys. Und das S3 hat sogar noch ein cooles Feature. Wenn das jetzt ein S3 wäre. Dann könnten wir hier S-Beam machen. Das heißt. Da ein Video. Da äh. Äh. Samsung Beam On. Und wenn man die jetzt zusammen halten würde. Dann würde das sich jetzt übertragen. Und dann hätte ich das Video auch gleich. Könnte das mitgucken. Ja. Der Strahlungswert. Der SRA-Wert beim S3 beträgt 0,342 Watt pro Kilogramm. Und ist ein bisschen geringer beim. Was vom LG? Ja. Der vom LG liegt nämlich bei 0,62 Watt pro Kilogramm. Wie beim HTC One S eigentlich auch. Ja. So. Vom Preis her kann man sagen. Das Samsung kostet momentan 580 Euro. Und für das LG muss man knapp. 450 Euro zahlen. 450. Natürlich. Äh. Wie immer. Bei. Smartphones von Samsung und LG oder auch HTC. Ist der Preis stark fallend. Apple geht da ja in den ersten Monaten bekanntlich nicht so weit runter. Aber. Man kann mit Preisabfall auch rechnen. So. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Fazit. Das Samsung Galaxy S3 überzeugt im Display. Das AMOLED Display ist wirklich stark. Scharf. Gute Farben. Die Kamera ist auch besser. 8 Megapixel. Gute Qualität. Ähm. Wenn man hier das Samsung nimmt. Ist die Haptik wirklich super. Obwohl das wirklich so ein großes Display ist. 4,8 Zoll. Ist ja nicht für jeden. Äh. So geeignet. Komm ich hier wirklich. Wie man sieht. Überall hin. Und. Ähm. Das liegt auch wirklich gut in der Hand. Obwohl das Kunststoff ist. Ähm. Also. Ich bin nicht so der Fan von Kunststoff. Deswegen. Für mich fühlt sich das immer ein bisschen billig an. Aber. Ist natürlich. Wenn es runterfällt. Kann man es leichter auswechseln. Ist ja klar. Äh. Beim LG ist es ein bisschen doof. Ähm. Das hat zwar auch eine gute Haptik. Aber. Nicht so gut wie das S3. Ich komm. Überall hin. Aber. Durch diese eckige Form. Liegt es einfach nicht ganz so geschmeidig und gut in der Hand. Ja. Gebt uns einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns. Das wird uns helfen. Wie immer. Und wir sagen Tschüss. Und auf Wiedersehen.